Das EU-Embargo gegen russisches Öl ist in Kraft. Zumindest für Öl, das per Schiff transportiert wird. Ab sofort gelten neue Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das EU-Embargo für Schiffslieferungen betrifft rund zwei Drittel der russischen Ölimporte der EU. Für Importe über Pipelines gibt es noch eine Ausnahme, weil einige Mitgliedsstaaten stark darauf angewiesen sind. Auch ein Ölpreisdeckel der G7 und der EU-Staaten sowie Australiens tritt in Kraft. Die Obergrenze beträgt 60 Dollar pro Barrel für ebenfalls auf dem Seeweg transportiertes Öl aus Russland. Durch den Preisdeckel soll es Moskau erschwert werden, die Sanktionen durch Verkäufe an Drittländer außerhalb der EU oder der G7 zu umgehen.